Diesen Freitag streikt Fridays for Future wieder weltweit für eine gerechtere Klimapolitik. Hier buchtigst beim LBV und eben jetzt schon in unserer täglichen Arbeit die folgende Klimakrise hier in Deutschland. Deswegen streikten wir uns umsonstig. Wenn ihr bei den Präsenz-Demos nicht dabei sein wollt, haben wir hier für euch ein paar Alternativen, die ihr trotzdem ein Zeichen setzen könnt. Falls ihr die Demo lieber von zu Hause aus mitverfolgen wollt, dann schaut gerne beim Online-Livestream vorbei. Diesen könnt ihr ganz einfach am Freitag ab 12 Uhr über den YouTube-Kanal von Fridays for Future aufrufen. Oder ihr mal dein Plakat für euer Fenster, eure Haustür oder einen kleinen Instant-Post. Ihr habt keine Lust auf ein Plakat? Dann schreibt eure Forderungen einfach mit Kreide auf die Straße. Am besten dort, wo sie jeder sehen kann. Lasst eure Kreativität dabei gerne freien Lauf.